Der große Garten im hannoverschen Stadtteil Herrenhausen zählt zu den bedeutendsten Barockgärten in Europa. Die von einer Kraft umschlossene Gartenfläche stellt das historische Kernstück der Herrenhäuser Gärten dar, zu denen außerdem der Berggarten, der Georgengarten und der Welfengarten gehören. Die rechteckige Anlage hat eine Fläche von 50,2 Hektar. Ausgangspunkt der Sommerresidenz war das im 17. Jahrhundert errichtete Schloss Herrenhausen, das im Oktober 1943 bei einem der Luftangriffe auf die Stadt zerstört wurde. Nach der Rekonstruktion der äußeren Gestalt mit Mitteln der Volkswagen Stiftung erfolgte die Eröffnung als Tagungszentrum im Januar 2013. Geschichte Anlage des Gartens Herzog Georg von Kallenberg ließ 1638 bei dem Dorf Höringerhusen einen Küchengarten mit Gebäuden anlegen. Als Georgs Sohn Johann Friedrich 1665 an die Macht kam, benannte er das Dorf um in Herrenhausen und ließ sich hier ein Schloss erbauen. Seinen Gärtner Michael Große beauftragte er mit der Anlage eines Lustgartens, der in etwa die Größe des heutigen großen Paters besaß. Ab 1674 konkretisierten sich die Planungen für den Lustgarten unter der vermutlichen Beteiligung des italienischen Architekten Girolamo Sartorio. Die Bauaufsicht unterlag dem Hofbaumeister Brandt Westermann. 1675 wurde der Fontänenmeister Marinos Kadat engagiert. Er entwarf die Grotte und die große Kaskade. Als Gärtner war der in Zelle und Osnabrück für die Welfen beschäftigte Henry Perronet beratend tätig. Die Ausführung unterlag dem 1675 eingestellten Hofgärtner Anton Heinrich Bauer. Außerdem stand von 1673 bis Herbst 1675 der italienische Gärtner Pietro Mekic im Dienst von Herzog Johann Friedrich. 1676 begannen die wesentlichen Arbeiten im Garten, dessen Aussehen sich Mangelsquellen nur noch vage rekonstruieren lässt. Vermutlich haben die beteiligten Gärtner eine weite Skala an Gestaltungselementen des Renaissance- und frühen Barockgartens eingebracht. Das Gartenareal umfasste nun für 10 Hektar und entsprach damit in etwa der Größe der heutigen nördlichen Gartenhälfte ohne die seitlichen Alleen. Als Johann Friedrich 1679 starb, war der Garten noch nicht vollendet. Der Ausbau des Herrenhäuser Gartens ist auf das engste mit dem Aufstieg der hannoverischen Linie der Welfen verbunden. Die Erschaffung und zu Pflege großer Gartenanlagen besaßen einen hohen Rang im System der fürstlichen Repräsentation. Drei Regenten prägten die Glanzzeit des großen Gartens zwischen 1680 und 1755. Ernst August, der 1692 zum Kurfürsten von Braunschweig-Lüneburg ernannt wurde, sein Sohn Georg Ludwig, der 1714 als Georg I. zum König von England gekrönt wurde und Georg II., der 1683 in Schloss Herrenhausen geboren wurde. Er machte bis zu seinem letzten Besuch 1755 die Sommerresidenz zum Ort von glanzvollen Festen und diplomatischen Begegnungen, wozu er den Garten in bestem Zustand erhielt. Ernst August setzte nach 1680 zunächst den von seinem Bruder begonnenen Ausbau des Lustgartens fort. Sein Geschmack war wie der Johann Friedrichs durch die italienische Kultur geprägt. Von mehrmaligen Besuchen in Italien hatten beide eindrückliche Gartenerlebnisse vor allem aus dem Veneto mitgebracht. Weiterhin hatten Ernst August und seine Frau Sophie von der Pfalz 1664 römische Villen besucht. Ernst August erwartete die im Kreis der anderen deutschen Regenten nicht unumstrittene Ernennung zum Kurfürsten. Sein Bestreben erforderte neben diplomatischem Geschick auch eine den politischen Ambitionen entsprechende prachtvolle Gestaltung seiner Residenz. Das vor deren Toren gelegene Sommerschloss sollte die kulturelle Bildung und finanzielle Potenz des Regenten widerspiegeln. 1683 holten Ernst August und Sophie den Gärtner Martin Schabonier aus Osnabrück nach Herrenhausen. Er stellte die nördliche Gartenhälfte fertig. Die Sommerresidenz erlangte erste beeindruckende Wirkung. In besonderer Konkurrenz stand Ernst August mit den Herzögen aus der Vetternlinie der Welfen, dem neuen Haus Braunschweig mit ihrer Residenz in Wolfenbüttel. Auch sie erhoben Anspruch auf den Kurfürstentitel. Nach 1687 begann Herzog Anton Ulrich im Wettstreit mit Herzog Ernst August das Lusthaus Salzdalum zur Sommerresidenz auszubauen. In der Folge kam es zu einer Neukonzeption und einem verstärkten Ausbau der Gartenanlage in Herrenhausen. Auch jetzt schöpfte das Herzog Spar aus seiner Kenntnis europäischer Gärten. Insbesondere soll Sophie die Gartengestaltung prägend beeinflusst haben. Aus eigener Anschauung kannte sie neben den maßgebenden französischen Anlagen, die sie 1679 besucht hatte. Vor allem Barockgärten in den Niederlanden, wo sie mit ihrer Familie die Jugend im Exil verbracht hatte. Ab 1696 begann Martin Schabonier den Garten auf die doppelte Größe zu erweitern und die Anlage mit der Kraft einzufassen. Im August 1689 entließ Ernst August den Fontänenmeister Kadat, der über 13 Jahre die Konzeption der zahlreichen Wasserspiele bestimmt hatte. An der Hauptaufgabe diese für einen dauerhaften Betrieb mit ausreichend Wasser und Druck für das Betreiben auch höherer Springstrahlen zu versorgen, scheiterte er. Trotz zahlreicher Anläufe. Zuletzt reiste Kadat 1686 mit Hofbaumeister Westermann und dem Zimmermeister Heimsund nach Bremen, um die dort bereits 1393 errichtete Wasserkunst zu besichtigen. Die drei schlugen vor, auch im Flussleine bei Herrenhausen ein Schöpfrad wie in Bremen zu erbauen. Man konnte sich aber zunächst nicht darüber einigen, wo das Rad aufgestellt werden sollte. 1687 begann man, vom Benter Bergwasser nach Herrenhausen zu leiten. Anstelle des erfolglosen Kadat beauftragte Ernst August 1690 den Zellerhofbauarchitekten Johann Friedrich Demünter, Sohn des Fasanenmeisters Benediktus Demünter, mit der Verbesserung der Wasserspiele. Unter anderem erneuerte er die von Kadat angelegten. Nordwestlich des Schlosses im Bereich der 1962 bis 1965 erbauten ehemaligen Werk-Kunstschule gelegenen Wasserreservoirs, die bis 1956 in Betrieb blieben. Nach einer Erkrankung im Vorjahr starb Demünter im August 1693. Nun holte man den Kunstmeister Pierre Dennis aus Paris, der 1694 seinen Dienst in Herrenhausen antrat. Er führte die begonnenen Vorhaben weiter. Im Frühjahr 1696 nahm sich der für Ernst August tätige Universalgelehrte Gottfried Wilhelm Leibniz des Fontänenprojekts an. Seine nicht realisierte Planung für den Betrieb der Wasserspiele bezog sich noch auf den alten Lustgarten. Sie lieferte eine Antwort auf die beiden grundlegenden Probleme, die auch nach der Erweiterung des Gartens Gültigkeit besaß. Leibniz schlug als erster den Einsatz einer Wassermaschine unter Nutzung von Göpelwerken und Druckpumpen sowie eine Aufstauung der Leine vor. Während seiner Regentschaft gab Ernst August ca. 65.000 Reichsthaler für die architektonische Ausgestaltung von Schloss, Garten und der höfischen Bauten in deren Umfeld aus. 16.000 Reichsthaler gingen in die Vergrößerung des Gartens. Im Verhältnis dazu erwiesen sich Betrieb und Ausbau der Wasserspiele als besonders kostspielig. In das Herrenhäuser Fontänenprojekt flossen ungefähr 46.000 Reichsthaler ohne eine grundlegende Steigerung der Leistung zu erreichen. Mit dem Tod Ernst August bekam Kurfürstin Sophie 1698 Herrenhausen als Witwensitz einschließlich eines Betrags für den Unterhalt des Gartens und der Wasserspiele zugesprochen. Da die finanziellen Mittel nicht ausreichten, die begonnenen Arbeiten fortzuführen, übergab sie den Garten ihrem Sohn Kurfürst Georg Ludwig, residierte aber weiterhin in Herrenhausen. Georg Ludwig ließ das große Parterre anlegen und schloss die Erweiterung um die südliche Gartenhälfte mit dem Bau der beiden von Louis-Rémy de la Fusse entworfenen Rundpavillons in den südlichen Ecken ab. Um 1708, nachdem Georg Ludwig mit dem Act of Settlement die Anwärterschaft auf den englischen Thron erworben und das Fürstentum Lüneburg von seinem Onkel geerbt hatte, erfolgte die Fertigstellung des Gartens. Der Garten nahm nun eine Fläche von 36 Hektar ein, einschließlich der Kraft und dem äußeren Wall waren es ca. 50 Hektar. Somit entsprach er fast der Fläche der Altstadt von Hannover, in der über 7.000 Menschen in etwa 1.000 Häusern lebten. Das von Georg Ludwig bevorzugte Bauprojekt war die Anlage der großen Fontäne, mit der um 1700 begonnen und die 1720 beendet wurde. Im Umfeld des großen Gartens ließ Georg Ludwig weitere Vorhaben realisieren, die großenteils im Zusammenhang mit der aufwendiger gewordenen Hofhaltung standen. Zu den noch existenten Bauten gehören das 1706 errichtete Meiereigebäude, das 1708 von de la Fusse entworfene Pagenhaus und die 1723 fertiggestellte Orangerie. 1726 bis 1727 schuf der Gartenkünstler Ernst August Schabonnier, der 1717 die Nachfolge seines Vaters Martin Schabonnier angetreten hatte. Die vier reich mit Linden bestandene Herrenhäuserallee als repräsentative Zufahrt von Hannover zum großen Garten. Gleichzeitig entstand die vom Schloss nach Norden in die damals noch freie Landschaft führende Lindenallee. 1748 bis 1751 unter Georg II wurde das alte Hofgärtnerhaus für den ersten Direktor der nun eigenständigen Behörde für Bau- und Gartenwesen Friedrich Karl von Hardenberg. Abgerissen und durch einen von ihm selbst in Zusammenarbeit mit dem Hofarchitekten Johann Paul Heumann 1747 entworfenen massiven Neubau ersetzt. Das Hardenbergsche Haus zeigt Züge des französischen Klassizismus und passt sich in die Achse der westlichen Seitenallee des großen Gartens ein. Es setzt einen Endpunkt für den Ausbau des großen Gartens. Etwa zeitgleich übernahm ab 1747 der Gartenkünstler Matthias Schabonnier die Nachfolge seines Vaters Ernst August Schabonnier. Mitte 18. Jahrhundert bis 19. Jahrhundert Georg III. und Georg IV. residierten als Könige von England in London, von wo aus sie in das Kurfürstentum Hannover regierten. Während der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts verblasste das Interesse des Herrscherhauses an Schloss Herrenhausen und seinem Garten, sodass größere Investitionen und Veränderungen unterblieben. Aus diesem Grund entging der große Garten dem Schicksal vieler anderer Barockgärten, die in Landschaftsgärten umgestaltet wurden. Durch pflegerische Maßnahmen blieb der Bestand an Linden und Hainbuchen, die das Grundgerüst des Gartens bildeten, langfristig erhalten. Wichtige Ziergartenelemente gingen hingegen verloren. Nicht zuletzt, weil der große Garten den eher botanisch interessierten Gartenmeistern des Berggartens und der Orangerie unterstellt wurde. Nach dem Siebenjährigen Krieg wurde der große Garten für die Allgemeinheit zugänglich. Im Gegensatz zu anderen Residenzen, in denen zur gleichen Zeit Gärten zum Spaziergang freigegeben wurden, bestanden in Herrenhausen keine Standesschranken für den Zugang. Es entstand eine der ältesten erhaltenen Parkordnungen in Deutschland. Sie wurde auf einer noch heute erhaltenen Steintafel niedergelegt und 1777 am Prinzentor angebracht. Der große Garten entwickelte sich zum beliebten Spazierort der hannoverschen Bevölkerung. Die Hauptattraktion des Gartens war die große Fontäne. Auch nach der Erhebung Hannovers zum Königreich und nach dem Ende der Personalunion bevorzugten die Welfenfamilie vor allem das stadtnahe Schloss. Mon brillant als Sommersitz. Von 1819 bis 1821 erneuerte der Hofbaumeister Georg Ludwig Friedrich Laves das Schloss Herrenhausen und zwei Jahre später die Orangerie. Nachdem König Ernst August die Residenz wieder nach Hannover verlegte hatte, änderte sich Haltung gegenüber dem großen Garten. Er wurde als ein Denkmal der Geschichte des Welfenhauses begriffen. Außerdem nahm ab Mitte des 19. Jahrhunderts der ästhetische Vorbehalt gegenüber formal gestalteten Gärten wieder ab. In den 1840er Jahren trat neben die Erhaltung der regelmäßigen Struktur der Anlage die Instandsetzung von Bauwerken, Skulpturen und Fontänen. Ab 1857 nutzte Georg V. Herrenhausen als Sommerresidenz während der Bauzeit des Welfenschlosses 1862 bis 1866 sogar als ständige Residenz. Die räumliche Gliederung des großen Gartens erlaubte das Nebeneinander von privater, ökonomischer und öffentlicher Nutzung. Nach der Annexion des Königreichs Hannover durch Preußen im Jahr 1866 kam der große Garten in preußische Verwaltung. Der Unterhalt des Gartens wurde aus den Zinsen des beschlagnahmten Privatvermögens der Welfen, dem Welfenfonds, finanziert. Dieser reichte bis ins 20. Jahrhundert aus, um die Attraktivität des Gartens aufrecht zu erhalten. Das in den Nutzgartenquartieren gezogene Obst und Gemüse wurde fortan vor Ort verkauft. Um 1900 waren das süppig bepflanzte Parterre, das 1878 aufgestellte Sofiendenkmal und die große Fontäne beliebte Motive für Ansichtskarten. 20. Jahrhundert bis zur Gegenwart Nach Ende des Ersten Weltkriegs standen durch den Wertverfall des Welfenfonds während der Inflationsjahre keine Mittel mehr für eine angemessene Pflege des Gartens zur Verfügung. Als das Haus Braunschweig-Lüneburg 1934 seinen Besitz zurückerhielt, war der Garten verwahrlost. Ein Jahr später drohte die Schließung. 1936 kaufte die Stadt Hannover den großen Garten. Das Schloss d'Ornerie, das Galeriegebäude sowie der unmittelbar anschließende Gartenbereich blieben im Besitz des Welfenhauses. Nach dem Prinzip der zeittypischen schöpferischen Denkmalpflege fand eine Umgestaltung zu einem idealen Barockgarten statt. Sie wurde durch das städtische Gartenamt unter Leitung des Stadtgartendirektors Hermann Wernicke und Einflussname des Oberbürgermeisters Arthur Menge durchgeführt. Teilbereiche entwarf der Gartenarchitekt Wilhelm Siepen. Für die Arbeiten setzte die Stadt hauptsächlich Arbeitslose im Rahmen von durch das Arbeitsamt bezahlten Notstandsarbeiten ein. Die barocke Grundstruktur der Anlage blieb erhalten. Die Renovierung setzte dabei auf den Schauwert des Gartens. Der Aspekt des Nutzgartens wurde nicht berücksichtigt. Neu entstanden acht Sondergärten, die Aussichtsterrasse und der Irrgarten. Zu den neuen Attraktionen gehörte die elektrische Beleuchtungsanlage, mit der fortan die Skulpturen, Heckenwände und Wasserspiele illuminiert werden konnten. Die Fontänenanlagen wurden renoviert und erweitert. Am 13. Juni 1937 fand die Eröffnungsfeier der erneuerten, als grüner Erholungsraum gedachten Gartenanlage statt. Nach Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde die Pflege der Gartenanlage nach und nach eingeschränkt. Damit der große Garten keine Orientierungshilfe für die britischen Fliegerstaffeln bot, ließ man ihn verwildern. In den letzten Kriegs- und ersten Nachkriegsjahren dienten die Beete zum Anbau von Gemüse, wodurch die Broderimuster verschwanden. Der Garten war nicht mehr öffentlich zugänglich. Am 18. Oktober 1943 wurde bei einem Luftangriff auf Hannover das Schloss zerstört. Die Grotte, die große Kaskade und die Freitreppe des Schlosses blieben erhalten. Das Galeriegebäude erlitt nur geringe Schäden. Der Garten war mit Bombenkratern überzogen. Kurz nach Kriegsende begannen die Aufräumarbeiten ab dem 26. August 1945 waren wieder Besucher zugelassen. Die Bepflanzung insbesondere des großen Parterres wurde bis in die 1950er Jahre hinein vereinfacht wiederhergestellt. In den 1950er Jahren wurde der große Garten als Veranstaltungsort etabliert. Zwischen 1943 und 1950 hatte das Galeriegebäude bereits als Ersatzbühne für das zerstörte Opernhaus gedient. Im Sommer 1952 fanden die ersten Festwochen Musik im Herrenhausen statt. Die ab 1956 den Zusatz und Theater erhielten und ein umfangreiches Programm boten, dessen Schwerpunkt auf der Inszenierung barocker Werke lag. Die Vorbereitungen zum 300-jährigen Jubiläums des großen Gartens ab 1959 hatten das Ziel, den Garten in der Form von 1937 wiederherzustellen. Dazu kamen Restaurierungen und teilweise Neugestaltungen. Am 1. Januar 1962 gingen das Trümmergrundstück des Schlosses sowie Galerie, Orangerie und die angrenzenden Gartenbereiche durch Ankauf in das Eigentum der Stadt Hannover über. Mit der provisorischen Herrichtung des Schlossbereichs, bei der die Freitreppe an den südwestlichen Rand des Parterres versetzt wurde, hielt sich die Stadt alle zukünftigen Gestaltungsmöglichkeiten für das Areal offen. Im Bereich hinter der Kaskade eröffnete ein Kaffeegarten. 1965 wurde westlich der Aussichtsterrasse eine Probebühne für das Gartentheater eingerichtet. Die Gartenanlage war 1966 annähernd wiederhergestellt. Mit den Feierlichkeiten wurde das Jahr 1666 als Gründungsdatum der Herrenhäuser Gartens festgeschrieben. Erhaltungs- und Restaurierungsarbeiten prägten die Zeit nach 1966. Im Denkmalschutzjahr 1975 wurde deutlich, dass der Stadt Hannover finanzielle Mittel für notwendige Schadensbehebungen an den Fresken im Galeriegebäude, den Sandsteinfiguren, dem Goldenen Tor und anderen historischen Gartenelementen fehlten. Mit dem Appell »Rettet Herrenhausen« trat eine Hannoversche Tageszeitung an die Öffentlichkeit. In der Folge gründete sich der Verein »Freunde der Herrenhäuser Gärten« unter dem Namen »Aktionshaus Rettet Herrenhausen«, der seitdem den Erhalt des Gartens ideell wie finanziell unterstützt. Im Vorfeld der Expo 2000 in Hannover entstand 1998 an der nordöstlichen Ecke der Umfassungsmauer ein Informations-Pavillon nach einem Entwurf von Thilo Mucke, westlich neben dem Schlossgrundstück wurde 1999 bis 2001 von Restaurant errichtet.